Ein schwungvoller Beginn für die Einweihungsfeier der neuen Frühförderstelle der Lebenshilfe in Magd-Oberdorf. Getanzt von den Kindern des St. Magnus Kindergartens. Wie mit diesem Kindergarten arbeitet die Frühförderung seit Jahren eng mit vielen Einrichtungen zusammen. Denn Frühförderung ist für viele Kinder von 0 bis 6 Jahren wichtig. Kinder, die in ihrer Entwicklung verzögert sind, Entwicklungsstörungen aufweisen. Kinder, die in einzelnen Bereichen große Schwierigkeiten haben, zum Beispiel in der Sprache, in der Motorik, in der Wahrnehmung, bei den geistigen Fähigkeiten oder im sozial-emotionalen Bereich. Oder, und ich denke, das ist so der ganz klassische Bereich der Frühförderung, die behinderten Kinder. Bereits seit rund 17 Jahren gibt es die Frühförderstelle in Magd-Oberdorf. Jetzt ist die Einrichtung umgezogen in ein eigens für sie gebautes Haus. Hauptgrund dafür der 2006 beschlossene Rahmenvertrag zur Früherkennung und Frühförderung. Durch diese Änderungen hatten wir erheblichste Defizite bei den Einnahmen. Wir hatten Verluste von, ja, sag ich jetzt mal, roundabout 100.000 Euro in einem Jahr. Und das hat der Lebenshilfe natürlich schon wehgetan. Und wir standen vor der Entscheidung, uns entweder da durchzukämpfen oder den Bereich Förderung abzugeben. Weil aber die Frühförderung jetzt wirklich das Wichtigste ist, der früheste Beginn ist das Wichtigste, haben wir uns dazu entschieden, komme was da wolle. Wir ziehen die Frühförderung in jedem Fall mit. Und Sie sehen ja, es hat geklappt. So entstanden hier neue Therapieräume, passend für die Bedürfnisse der 23 Mitarbeiter und über 100 betreuten Kinder. Denn vor allem wegen dem Rahmenvertrag wurde das alte Heim der Frühförderung deutlich zu klein. Der sieht vor, dass Kinder, die einen komplexen Förderbedarf haben, die Leistungen aus einer Hand bekommen. Das hat für uns zur Konsequenz gehabt, dass wir deutlich mehr Therapien vorhalten mussten. Und dazu braucht man einfach viel mehr Räume, als wir das bisher hatten. Gute Bedingungen also für die Frühförderung in Magdoberdorf. Und damit gute Voraussetzungen auch für viele in ihrer Entwicklung unterstützte und vor allem glückliche Kinder. Vielen Dank.